Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Coop Seasons von den APK Gaming Bros mit der beiden Hüsche Pierre und nicht der Alexia und wir haben doch noch ein Spiel in Liga 3 Prozent eben um die Meisterschaft zu schaffen und Prozent ja aber es ist die letzte Chance die wirklich jetzt ich hab schon einsteiger gehabt jetzt wird schon ein Spiel aller Bau aber natürlich haben wir gerade ja ein Jungs das alles erwartet und er wird sie vorher hat mir in Landwirte an das sollten nur andere Trikots wir hatten wir anders Nationalmannschaften auch könnte ich viel zu früh gepasst Boah und schon kommt Boah dem Wurz zu schön war und mit 4 Uhr Junge Kippe auch Gott er trete ich doch mal schneller du Wurst Lutscher ja es war so gewollt ja was macht er denn scheiße wir müssen hoch in die Lüfte kommt mir so vor vor allem das habe ich auch voll gedrückt ja auf jeden Fall da darfst du die Hand nehmen ja das ging so halbwegs umgesetzt auch mal in FIFA also so halbwegs dann geht es aber auch wenigstens hat er immer passt doch ich bin oben genervt worden so komm hier in Stellen ja deckt ihn doch mal man du wirst auch wieder stehen bleiben können danke so was mitlaufen so sehr schön Fehler ausgenutzt ja auch volle kann er überhaupt nicht werden wir haben es ist jetzt weiß man genau was an die in Rundern benutzt aber so nötig auch Schleichwerbung ganz unaufällig von 4 Barm Jungen ja egal einfach jetzt mal 1 0 gemacht so muss das sein auch wenn der Gegner so richtig dicken Juden Fehler gemacht hat naja passiert was kann ich finde ich nicht heißt dass die Union vieler gemacht hat wir haben toll gemacht dass wir steht in der Welt auch die Fehler von von mir was er ist oder sonst denn was wir haben wir haben uns vorgemacht und fertig so weiter auch kurz nun rechne damit da kommt ihr doch mal so geht es so scheiß Wichser so Mane und das soll das in die Mitte ja ich möchte ich habe mal weiter ich muss sagen dass er schon mit dem Lerbe nun mit Lerbe da haben wir dann so weit zurück nein wird er nicht mehr als er geschossen hatte du auch wurde als ein Götze geschossen hat Barmierungen da geht rein welcher auch für die Stücke schossen hat es kürz nach wobei du war ja Arnie abseits alles ich habe mich gemacht ich konnte aus dem Spiel der den Berliner an das haben sie konnte die auswählen an und eine dritte das so wie was sie tun zu machen wieder das ist schlimm nur so ist ihm bei mir immer selten ja bei mir selten auf jeden Fall aber immer noch nicht ganz weg ins Problem ja genau kann es nicht weg er ist ein Eure du willst du kommst bei einem Wunsch am Sturz ich vermisse schon mal nicht so zu schmerzen aller bahn jetzt nicht mehr Warte mal siehst du das in Repairie ja ach Gott ich kann einfach nicht loslaufen und dann nicht wieder so verarschen warte wie warst du wo ich dachte ich jetzt nicht viel ausgewählt habe abseits wohl doch nicht Junge gib dir ich bin mit dem Gatter mit im Rückraum ja sie sind nicht wir machen so ja ich hab's schon gesehen aber zu spät Alter das ist ja einfach nur mal dicht ist ja komm lauf raus sorry warum weil es weiter geht der sollte weiter gehen also weiter rein ey ohne Scheiß warum ist dieser Wichser so schnell ist einfach nur übertrieben und total unrealistisch warum der sich so ein Wenderadius von einem Truck schon wieder hat er so nicht ruhig ernst hab da immer diese Hurensöhne hier die Ringen oh jungen lauf 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 nein da kam die also das war zu wenig Ego Ego Mannismus nein 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 was ist das jetzt gewesen zu mir nicht ich glaube er abseit alt ist die Möglichkeit der Forderung der Forderung der Füße ich bin mit mir ich habe nichts und schließt oh Gott oh man lebt mir noch den Lümmelkern was für eine Aktion aber wie so krass schweigende Ruhe dann war in der Situation in dem Moment Jünger natürlich ist es in Ruhe und ich verarschen so wichtig Kacken Kacken er passt doch wenn ich drücke Fick dich Antwerker warte 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 jetzt oh sorry die Sitzung verpasst ja lauf doch da oben warum dahin junger Alter ja hallo ja in Ordnung Mösenpimmel übertreibt doch verkackten ja dann raus rein neue Nau raus Leute wie ich mit neuer Eiskel immer raus rein raus rein haben die Niederlande voll verarscht oh Junge du bist scheiße da du verpasst du verpasst du verpasst du verpasst du verpasst du mit dem Moment der Meter war zu oft Alter kann man nicht schweiß nicht die scheiß Pimmel Ding ja man hat nichts laufen 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 nicht zum Ball guck guck zu wie er zwei Meter an dir vorbei rollt hat er auch Mann oh ja jetzt mach hin man du Lutscher ja ich bin Ronaldo ich rieche nach scheiße meine Oma hat den mal gehalten ja schon irgendwie es war total zu hervorsehen dass der da in die Mitte spielt einfach nur zumachen müssen ja ich hab's versucht aber ich meine der Spieler kam nicht mehr daher das ist das Tunnel der Lutscher hallo ja 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 Junge übertreibt doch was in den Zünder zünden wenn die Familie gerade drin ist Alter Spaß jo ja ja Spaß ah komm ey Gegner brauche wieder 10 Jahre zum Türken mir auf den Scheiß raus voll da gerne die schon aha komm ja bei dem Ronaldo jeder seine Haare einzelne ausziehen rausziehen ja passiert schon oh Junge kann ja nicht wahr sein ja komm Boateng du sollst nicht ruhen du bist nicht zum Schlafen da Boah Alter ich drück direkt ich warte mal denkt er sich weg durchs hab ich aller war du weiner nigger ah Junge oh Junge kann ja nicht ein bisschen weiter schräg gehen ey da kommt geahnt werden hallo normal schon ja gelb genau ich bin bp ich habe extra bonus wieder in den Haare haben mittlerweile einen nachfragen ehrlich wird sich sein neunzeuge angepasst naja den langen ein nach auf geht's nix mit rauben gerade weil ich war weit weg von lange Weil er irgendwie nix kann. Ja. Boah, Junge. Boah, kommt doch durch so eine Scheiße. Weißt du, sowas kommt wieder nicht durch, ey. Sieh doch neben seinen Weg rein, du Wichser. Alter Junge, ein Millimeter oder was war das? Hast du halt mit seinem Schwanz gemessen oder was? Mann. Nein, du gehst runter. Du kannst es ahnen, das ist ihnen egal. Boah. Junge, geh um wieder seine Knochen, ey. Warte, wie die hier alle schon wieder rumfallen, ey. Wie Gemüse. Das regt mich immer so auf, wenn man gegen Realme drin spielt. Weiß man, das ist nur am Hinterherrennen. Wir haben überhaupt kein Spaß, wenn man nur am Hinterherrennen ist. Was passt doch! Sag kein Alex. Warum macht er das so arrogant, das soll so normal passen? Will die normal aus! Ach komm, ich mach hier schon der Bunga Bunga. Nee, da komm. Nee, ich mag keine Fehler, ich wollte die Pfeffer warten. Oh. Schieß doch mal schneller, du Hurensohn! Ja, komm, geh hin. Ja, genau, das sollte es sein. So. Läuft ja schon wieder Premium heute. Oh yeah, showt her mit. Ja. Richtig geil hier. Uah. Wunderschön. Fucked up. Noch stehst du wenigstens 1-1? Okay. Yeah. Kriegt uns aber auch nix. So, komm. Oh, Dante. Ey, ohne Scheiß, ey, das regt mich jedes Mal zum Kotzen auf, wenn Dante einen Kopfball verliert. Das ist... Oh, Dante, du bist so ein... Was macht Dante? Warum verliert Dante der doppelt hintereinander Duelle? Ich bin auch noch gegen Mercedes Benz. Oh, Gott. Da hat er mich einen exklusiven Vertrag mit Mercedes, ey. Ja, ja, danke. Ganz bestimmt. Dass er ihren Namen, dass er ihren Namen, Namen tragen darf. Das Einzige, was er tragen darf, ist eine Note, ey. So. Na, scheiß. Komm. Ja, jetzt komm, mach hin. Wie lange braucht der denn? Bis der Ball da fliegt. Rückraum. Boah, Alter, was ist das für ein Schuss, ey. Dann eben so. Ja, ich konnte nicht mehr annehmen, wie soll ich nicht mehr richtig drehen. Wie soll ich da annehmen? Wenn der schon auf mich zurennt. Ich sehe schon, dass er auf dich und mich zurennt, da kann ich nichts mehr annehmen. Von der doch noch die Ecke zugemacht mit dem Neger. Direkt genommen. Ich habe da noch mit dem Neger die Ecke zugemacht, der Typ, ey. Ohne Scheiß. So viel kann der doch gar nicht gleichzeitig beherstammt, die beiden. Das können die gar nicht so gemenagt haben, ey. Ohne Scheiß, das ist aber bestimmt wieder CPU. Bei denen decken die ordentlich alles zu und bei uns nicht, ey. Bei uns reißen die alles auf. Ah, Robben. Ah, Mama, raus. So. Nee, Robben, geht nicht raus. Ja, der will aber irgendwie. Der hat es auch gerade rumgesignalisiert. Rumgesignalisiert. Ja. Das ist ein Wort. Ah, Junge. Allerf. Bei FIFA WM, ey, bei FIFA WM ging so eine Scheiße rein. Vom Gegner. Online. Bei Road to Rio de Janeiro. Pia. Echt? Da ging sowas rein. Da ist so ein Ball auf eine Riesendistanz reingegangen. Hab ich kassiert, ey. Weil Neuer sich dann auch nicht bewegt hat. Neu. Der kann nicht mit dem seinen Kopfball rennen, ey. Die Folgen sind natürlich noch nicht draußen, aber bis die hier rauskommen, sind die draußen. So. Alter. Immer muss irgend so ein Dildalde ein Tor machen, weißt du? Immer so ein Schwarzer. Ja. Ich strenne. Warum ein Passt und 20 Spieler stehen im Nichts. Ja. Und bei uns, wir müssen rummachen, rummachen und trotzdem Prinzings. Was? Vor allem wie schwul die mal anfliegen, Mann. Ja, läuft. Ja, komm, lauf doch. Ja, genau, geht aber es auch noch ein. Ja, wer von O-N-O-N-O-N-O-S-Werfälliger ist. Und dann sind sie zum Bleifuß, ja. Nehmen doch, Mann. Ich will warten. Ich mach zu lahm. Ach, Junge. Ja, wenigstens aus, ey. Ja, komm. Ihr müsst auch herkommen. Komm. Ja! Ja, mein freier Schwarzer Bruder, ey. Nein, du musst halt aber auch die Tore ein und ich mal nix, aber egal, ich bin anwesend, das reicht. Also. Ich bin anwesend. Ich hab auch schön gewartet, wenn wir laufen, muss ein bisschen rein gehen. Ja, wenn er so frei ist, dann nimmst du das Exit, dann noch das Eckart, dann musst du so. Und bloß dann, willst du sagen, den linken Fuß, dann ist eigentlich mein Direktor. Bam, bitch. So, jetzt filmen wir nichts, ist wieder. Ja, wir haben die Füllung. Okay. Falsch-Oktar-Wäger. Ah, komm, ey, ohne Scheiß. Nichts, gehts auch, mein Freund. Nichts mit durchlaufen. Boah. So, wieder. Boah, warte, warte, warte. Boah. Ey, geh doch hin, Dante. Dante, mach 4, breakdance. Boah. Warte, 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 warte. Nein, das ist so ein Schritt, Mann. Kannst du mal drehen, ey. Ey, wie dir alle fucking Duelli ging Benzen nur zu verliert, Dante. Jedes. Junge, auch weg. Immer irgendeinen Kopf von denen. Boah, Junge. Alter. Ah, sorry. Das war scheiße von mir. Ach, echt? Ach, echt? Ey, ohne Scheiß. So, hast du doch behindert. Arschlecken. Alter. Mit dem nicht verarschen. Bin davon los, 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 damit habe ich ja gar nicht gerechnet, bitte den loslässt. Alter, geh doch ordentlich an. Boah. Für mich war der Trend, ey. Ja. In der Sekunde. Ich bin mir aber den nicht extrem, so. Oder A, oder wie auch immer. Oh, noch wird er nicht zurück. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Oh, gibt dir. Gebt die ersten, die mir gerne. Wenn du dir noch so an, das so beim Fallen, ey, gibt dir einfach nur. Annehmen wollte ich nicht. So, ich wollte nicht. Annehmen wollte ich nicht. Aber an dem Mann war mein Mann, weil ich wusste, wenn man ihn nicht annimmt. Jungs war, weil sie so weit verziehen. Geht, ja. Junge, fast dein Gesicht getroffen noch, aber leider nicht. Das ist ein akrobatisches Tor, ey. Sehr schön, 4-2, Junge. Es ist mal wieder hier, es ist mal wieder in Ordnung hier. So hätte das Spiel jetzt Dienstag auch ruhig ausgehen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, egal, das gucken wir noch nächstes Jahr, sonst geht er raus. Ja. Mama, Erko. Alle 19. Minute, man geht raus. Ah, ja, keine Ahnung, vielleicht muss du sagen, ah, er geht auch nicht raus. Hat seinen Penis eingewechselt und seinen Schwanz aus, oder was? Was war sein Los, ja. Nix war mein Freund. Oh, Junge, wenigstens mal, das hätte er mir noch lassen können, ey. Ich wollte auch mal ein Tor machen, ey. Jo, Meister. Meister, Meister, Meister. Ich freu mich gar nicht mehr richtig, ich mach ganz immer her. Warum auch? Ja, es ist FIFA, Mann. Wenn man lange genug spielt, dann sieht man es einfach als, ja, Liga 3, nichts mehr. Liga 1 vielleicht ein bisschen freuen. Warum war das kein Abschluss, what the fuck? Naja, das war es aber auch schon von der Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.